Hi Leute, der Leichte Bäcker hier und heute machen wir mal was ganz anderes. Ich zeige dir, wie du bei einer Aloe Vera wie dieser hier die Blätter filetierst, damit du dann das sehr gesunde Aloe Gel verwenden kannst. Zum Beispiel auf deiner Haut bei Sonnenbrand sogar essen könntest du es. Und hier siehst du jetzt mal einen Größenvergleich, wie riesig die Blätter sind, die wir jetzt filetieren werden. Und so große Blätter eignen sich perfekt, um das Gel zu ernten. Um nun das Aloe Blatt zu filetieren, schneiden wir zuerst unten den Stiel ab. Und dann setzt du dein Messer möglichst nah am grünen Teil vom Blatt an. Wobei, was heißt möglichst nah? Du kannst ruhig ein bisschen Platz lassen. Denn das giftige gelbe Sekret befindet sich direkt unter der grünen Haut von dem Blatt. Da müssen wir darauf achten, dass wir das komplett entfernen beim Filetieren. Denn dieses Sekret würde dir eher Hautausschlag verursachen, statt dass das Aloe Gel dann gut für deine Haut ist. Und wenn du das Messer dann richtig angesetzt hast, dann führst du das komplett an der Haut von dem Blatt entlang. Und wenn die eine Seite gemacht ist, kommt natürlich noch die andere Seite dran. Und wie gesagt, du kannst ruhig großzügiger die Haut von der Aloe abschneiden, da sich darunter das hautreizende Sekret befindet. Dann noch die Seiten abgeschnitten und du bist quasi fertig. Jetzt kommt nochmal die Endkontrolle, wo du schaust, dass du wirklich alle Hautstellen von der Aloe entfernt hast. Und dass das komplette Gel vollständig transparent ist. Und wenn du wie bei mir noch Hautstellen findest oder gelbbräunliches Sekret von der Aloe, dann musst du das abschneiden, sodass das pure, klare Aloe Gel übrig bleibt. Und nachdem dann alle Aloe Blätter filetiert sind und du nochmal kontrolliert hast, dass auch wirklich keine gelbe Flüssigkeit, Hautstücke oder wie in meinem Fall Dreck dran hängen, ist das Aloe Gel bereit, dass du es auf deiner Haut auftragen kannst. Gegen Sonnenbrand, zur Pflege, gegen trockene Haut, quasi wie Handcreme. Oder du könntest es sogar essen bzw. trinken, zum Beispiel in einem Smoothie. Dann zeige ich dir jetzt noch eine zweite Methode, wie du das Aloe Blatt filetieren kannst. Du fängst wieder genauso an, schneidest erst den Rumpf von dem Blatt ab und dann schneidest du die Seiten mit den Stacheln ab. Jetzt lässt sich die obere und untere Hautschicht der Aloe deutlich leichter entfernen. Daher bevorzuge ich ein Aloe Blatt auf diese Art und Weise zu filetieren. Wenn du die Aloe Filetstücke so nicht verwenden willst, kannst du auch hingehen und die Filetstücke zu quasi, ich sag mal, Soße verarbeiten. Und das kannst du dann zum Beispiel sehr gut mit einem Stabmixer machen. In dieser flüssigen Form lässt sich das Aloe Gel auch deutlich besser einfrieren, weil du es viel besser portionieren kannst. Zum Beispiel kannst du es jetzt in Eiswürfelcontainer reingießen und dann je nach Bedarf aus dem Gefrierer rausholen. Alternativ würde natürlich auch eine Plastiktüte gehen oder halt mehrere Plastiktüten. Das Einfrieren hat halt den Vorteil, dass das Aloe Gel mehrere Jahre haltbar ist, während im Kühlschrank die Haltbarkeit lediglich ein bis zwei Wochen sind. Du solltest dein Aloe Gel auch immer möglichst luftdicht verpacken, denn ansonsten fängt es an zu oxidieren und dabei wird das Aloe Gel dann bräunlich. Das hat aber keinen Einfluss auf die Wirksamkeit dafür. Und wenn du dann noch Zitronensaft in dein Aloe Gel gibst, kannst du die Oxidation dadurch verlangsamen, denn die Säure und das Vitamin C da drin sind ein Oxidationshemmer. Und was denkst du über diese andere Art von Video? Hat dir das Video gefallen? Lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Falls du noch kein Abonnent bist, denk mal drüber nach, diesen Knopf zu drücken. Über ein Like würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.